Der Mond ist aufgegangen Heute lernen wir zusammen den Klassiker Der Mond ist aufgegangen. Das Stück ist sehr gut geeignet für Anfänger, denn wir haben in der linken und in der rechten Hand nicht allzu viel zu tun. Wir bewegen uns in einem überschaubaren Rahmen und werden auch nicht zu schnell. Das heißt, es bleibt genug Zeit, darüber nachzudenken, was als nächstes kommt, sich darauf zu konzentrieren, was man hört und vielleicht sogar mitzusehen. Also dann, auf geht's! Fangen wir an mit der Stimmung. Die Stimmung ist von Joshi. Das ist die sogenannte Grundstimmung. Und wir stimmen über den Ton C. Das bedeutet, wir haben die Töne C für die dicke Seite, F für die mittlere und C für die dünne. Das dicke Saite C klingt wie folgt. Und in der Mitte ist das F. Tatütata. Und von der mittlere und zur oberen. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Hipsi. Morgen kommt. So klingt so zusammen. Okay. Eins, zwei, drei. Töne C. 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 Töne C.